Minecraft ist so hässlich wie noch nie, aber am Ende des Videos wird es so schön sein wie noch nie. Und damit, hey ihr meine Raborken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit der Lansky. Hallöchen! Hi, Leute, ich hab... Alter, das ist wirklich ein mega geiles Video. Flankt unbedingt den Like-Button, wenn euch das gefällt. Würde mich freuen. Wir haben verschiedene Crafting-Rezepte, die ihr seht. Und zwar fünf Stück, die werden immer komplizierter. Das erste, also es ist tatsächlich schwer die Items zu erkennen, weil es so scheiße aussieht. Ja. Leute, schaut euch mal, wie das aussieht. Wenn wir dieses Crafting-Rezept erfolgreich erledigen, verschönert sich Minecraft. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und am Ende ist es wirklich... Alter, es sieht am Ende einfach aus wie realistisch, Leute. Ich bin gespannt. Wir brauchen aber dazu natürlich die ganzen Items. Ich würde sagen, da wir aber auch Hardcore spielen und es auch, wenn es natürlich jetzt nicht aussieht, es trotzdem... Oh mein Gott, wie das aussieht. Es trotzdem automatisch springt. Auch darum geht es so über Leben. Würde ich sagen, equippen wir uns erstmal so standardmäßig, oder? Ja. Ich glaube, das ist die beste Idee. Du bist also... Vor allem für mich, vor allem für mich. Vielleicht kriege ich hier direkt einen Apfel raus. Weil am Ende müssen wir ja auch einen Gold-Apfel noch craften. Ach ja, wir haben alle Erze auch verzehnfacht. Das heißt, es sollte kein Problem sein, Diamanten zu finden. So. Der Werk packen sie da einfach raus wie Holz, Alter. Hä? Ja, aber wenn man die verliert, dann hat man eigentlich ein Problem. Die Übel ist echt so, ne? So. Wir brauchen eine Kiste. Ich würde sagen, wir versuchen wirklich so schnell wie möglich hier... Weil ich würde eigentlich gerne noch mal eine... Ja, wir brauchen ja eh einen Bruchstein. Das heißt, wir haben eh Zeit. So. Okay, jetzt lasse ich mir auch erstmal nur das hier. So. Und ja, das hier. So. Dann nehmen wir die hier mit. Ist ein Apfel getroppt? Haben wir schon einen Apfel? Und doch nicht so weit weg von den Crafting-Rezepten. Die dann finden, die verstehen, also, ne? Ich meine, die kann man jetzt nicht unbedingt erraten. Kein Problem. Die sagen, ich weiß was, was du nicht weißt. Was weiß ich denn? Und das ist, es ist genau eine Höhle hinter den Crafting-Rezepten. Ach so. Alter, hä? Es sieht aber auch irgendwie... Es sieht aber auch irgendwie cool aus. Ist das Bruchstein? Ja, irgendwie schon. Wie so ein anderes Spiel oder so. Ja, ist so voll clean, Alter. Man muss sich nicht anstrengen. Man kann... Ich würde... Aus Versehen Kohle abgebaut. Hä, ich will mal sehen, wie... Ach ja, stimmt. Hä, welche Farbe hat denn das dann? Äh, grau. Das ist wahrscheinlich Eisen, oder? Ne, Diorit. Ich dachte, Eisen. Ich meine, so ist in der Höhle hier kein Erz, Alter. Hä, ich will mal Erze noch sehen, bevor wir upgraden. Ist das hier? Ah, das ist Redstone. Lol. Und das hier? Auch Diorit. Und das hier? Ah, das ist Eisen. Guck mal, deswegen kann ich es nicht abbauen. Ha! Geil. Ah. Okay. Was ist das hier? Das sind so Gräser einfach. Aus wie Glas, Alter. Okay. Ähm, ich würde sagen, Sticks hat er hier fallen gelassen. Okay, wir platzieren unsere... Was war unsere Werkbank jetzt hier nochmal? Da. Wir platzieren unsere Werkbank. Kistehammer. Bretthammer. Ah, ne, das ist kein Brett, ne. Das ist ein... Ach, das ist eine Werkbank. Und einen Ofen dann wahrscheinlich. So, das heißt, wir machen mal noch eine Werkbank. So, und einen Ofen, wo wir aber leider nicht genug haben. Zappalot. Lava sieht auch mega kacke aus. Ha! Ja, habe ich noch nicht gesehen. Ah, das war Kohle. Kohle sieht aber genauso aus wie Stein, ne? Ja, meine ich ja. Nina, kannst du es schon mal bereit machen. Es wird gleich die Verbesserung geben. Ja, ich kann die Steinstufen machen. Ah ja, dann mach du mal das. Ich mache den Ofen. Genau. Dann mache ich mir die Bruchsteine. Und die mit... Hast du Holz noch? Ja, ich habe noch ein bisschen Holz. Also früher spielt da eh mehr Holz. Ich gehe mal noch ganz kurz was besorgen. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht. Und ich bin vor allem gespannt, wie es am Ende aussieht. Ich habe schon die Treppen für das Holz. Oh, da hinten sind Schweine. Wir dürfen nicht vergessen. Wir brauchen noch Essen. Hast du schon Eisen? Äh, nein. Ich weiß nicht, wie Eisen aussieht. Achso. Weil ich habe Eisen sogar einmal gefunden. Dann müssen wir uns unbedingt um Essen kümmern. Jetzt dürfen wir... Vielleicht ein Bett, damit wir auch die Nacht überspringen. Wäre eigentlich so gesehen auch ganz praktisch. Kannst du noch ein zweites? Ah, du hast einen Ofen. Dann hast du mal braten. Ich habe die Holzsachen und ich habe die Steinsachen. Okay, dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Dann gib mir... Drop mir mal alles. Dann mache ich das kurz. Zack. So, wir machen das. Das, das. Zack. Bruchstein war rechts, ne? Zack. Zack. Ich muss erst mal gucken. Bruchstein war rechts. Genau. Okay, dann habe ich alles. Ja, Mann. Drachenei. Irina, bist du ready? Ich bin sowas von ready. Drei, zwei, eins. Go. So sieht das Ganze jetzt aus. Und wir haben es auch fast schon in der Nacht, ey. Okay, die Rahmen sind lila. Ich habe keine Ahnung, warum die lila sind, die Items. Na, okay. Ja. Also, es sieht auf jeden Fall schon... Es sieht besser aus als vorher. Sieht aus, als ob alles so... Ja? Ich brauche dringend Essen. Ja, ja, warte. Ich habe... Was ist das hier? Oh, du hast... Jetzt erkennt man auch blöckig die Blöcke. Oh, jetzt habe ich dir alles gegeben. Aber dann nehme ich einfach das. So, äh... Monster kommen jetzt, Alter. Oh. Es wird Dangerousel. So, warte. Ich mache mal... Hast du ein Steinschwert? Ja. Aber wir müssen... Wir können vielleicht relativ schnell, dass wir überspringen. Oh mein Gott, wie sehen die Kühe denn aus? Echt? Wie sehen die aus? Zeig mal. Hässlich. Ah, da ist ein Hühner. Okay, das Huhn sieht relativ normal aus. Ja, aber die Kühe. Guck dir mal die Kühe hier an. Ja, wo bist du denn so? Ich bin in die andere Richtung. Ah, da. Oha. Zeig mal. Ja, guck dir die doch an. Hä? Richtig. Es kommt ja auf die innere Märkte an. Das ist ja kein Problem. Aua. Okay, immer schön essen. Oh Gott, zwei Endermänner nebeneinander. Sonst suchen wir immer zehn Jahre welche. Und jetzt, wenn man sie nicht gebrauchen kann, sitzt... Genau, das ist immer so. Ja, halt echt. Wir müssen unbedingt schlafen. Das ist hardcore. Wir haben so auf die Schnauze gekriegt. Wir haben nicht mal eine Rüstung. Ziel für jetzt. Wir brauchen Eisen für die nächste Stufe. Ja. Und Kohle. Aber nur die Kühe sehen so. Ah, hier Gold. Ach, jetzt erkenne ich das auch. Oh ja, und hier ist Eisen. Oh ja, jetzt erkennt man die Sachen auch. Alter. Ich bin wirklich echt gespannt, wie es am Ende aussieht. Das ist halt mega heftig aussehen, ne? Oh, Gold nochmal. Brauchen wir Gold? Dann können wir später. Aber jetzt noch nicht. Kann ich ja nicht abhauen. Kohle brauchen wir auch definitiv. Wir haben ja kaum Essen, was wir braten. Also genug Kohle, dass wir den ganzen Kram braten können. Pass auf Creeper auf, Vigina. Du weißt, du bist bekannt dafür hier. Manchmal müssen sie explodieren. Manchmal ist gut jede Runde, Alter. Okay. Wir brauchen ein Eisenschwert. Hab ich. Wir brauchen eine Eisenspitzhacke. Hab ich. Wir brauchen eine Eisenachst. Hab ich. So, wir brauchen Holz. Ich brauche ein Holzschwert. Hab ich. Und Steine, Steinaxt. Oh, verdammt. Ich brauche einen Bruchstein, Vigina. Einen Bruchstein? Warte, ich hole selbst schnell. Ein Problem. Das ist kein Bruchstein, verdammt. Das ist auch kein Bruchstein. Kann man so viel Pech haben? So, wir haben alles. Holz, Stein, Eisen. Holz. Stein, Eis. Edina, bist du bereit? Jeha. Go. So sieht das Ganze doch schon ein bisschen besser aus. Also, beziehungsweise, es sieht ganz normal aus. Ja. Wir sind ja im normalen Design jetzt. In normaler Qualität, Leute. Aber, es kommen ja noch drei. Das heißt, es wird noch viel heftiger. Okay, lass direkt weitermachen, Edina. Wir brauchen Gold, Redstone, Diamanten. Jawohl. Ich habe Redstone und Diamanten hier schon. Okay, ich gehe hier runter. Ich habe Diamanten. Nur easy. Ja, aber nur einen. Reicht nicht. Ich habe auch einen Block. Kohle. Ich brauche jetzt mal eine Spitzhacke. Du musst dir einen Eisenpeger machen. Ja, ja. Mache ich auch jetzt. So, Kohle. Habe ich damit einen Block. Ne. Ne. So. Eisen. Redstone habe ich hier auch. Redstone Block habe ich. Ja, easy sogar. Gold habe ich direkt auch hier. Ja. Und das war es. Ja, es war doch gerade noch Eisen. Wo ist denn das hier nochmals? So wie nicht Eisen nur? Schlecht. Okay. Weiter geht's. Wir brauchen eine nächste. Ah, hier. Oh, oh. 4, 5, 6, 7. Komm, geh noch ein. Ah, verdammt. Und, alle wollen. Wenn ich jetzt mal betont habe, dass das gerade so mega fake aussieht. Das habe ich jetzt nicht manuell dahin gesetzt. Weil Diamant sind einfach noch sehr wahrscheinlich. Deswegen sieht das gerade so übel fake aus. Das einfach direkt nochmal in den da neben Diamant. Wir brauchen eh für später nochmal Diamant für Rüstung. Wie ist das? Ey, wir können das ja auch mal selbst in Rüstung. Und nochmal Diamant. Hallo. Ich habe eine Diamant-Streak, Alter. Wenn das mal in normalen Minecraft so wäre. Ja. So. Also ich glaube, den Redstone Block, den habe ich allemal. Den, äh, ich habe 4 Eisen. Was fehlt uns noch? Gold oder so? Äh, Gold. Ja, nee, ich habe eigentlich alles. Ja, okay. Ja, Gold haben wir. Aber wir wollen ihn auch für Gold abfüllen. Ich nehme direkt mit, Alter. Und Diamanten unter dem Gold. Das lasse ich mir schmecken, Alter. So. Gold rein. Gold rein. Eisen rein. Äh, Essen rein. Redstone Block. Buff. Kohleblock. Buff. Diamantblock. Buff. Dann mache ich mir, oh, da ist ja auch eine Diamantbrustplatte. Sicher ist sicher. Wir sind ja in Hardcore. So. Ähm. Ja. Jetzt warten wir. Was fehlt uns noch? Eisen. Ah. Äh. Mir fehlt Eisen, Edina. Eisen brauche ich. Okay. Wer Edina das Eisen organisiert, kann ich mich ja schon mal zum nächsten machen. Da brauchen wir jedes Essen einmal. Okay. Dann sortiere ich mal mein Inventar ein bisschen. Ganz ehrlich, ich benutze die Diamanten ohne Witz. Sicher ist sicher, Alter. Buff, buff. Darf noch nicht sterben. Okay. Jedes Essen einmal. Lol, hier ist eine Mine. Nice. So. Na, dann brauchen wir einen Fluss. Da ist eine Kuh. Haben wir schon? Ne, Kuh haben wir noch nicht. Nice. Gebt mir Fleisch, kleine Kuh. Jawohl, Dunkel. Kein Creeper explodieren jetzt bitte gerade. Danke. So. Kohle. Buff. Diamant. Buff. Redstone. Buff. Gold. Buff. Eisen. Buff. Edina. 3, 2, 1. Go. Ja. Ich habe einen Hasen. Alter, das sieht schon heftig jetzt aus. Alter, wie die Kohle aussieht. Und die Erde. Schaut euch die mal an. Ah, ja. Okay, das sieht schon heftig aus. Okay, du hast einen Hasen. Nice, Edina. Das ist sehr wichtig. Nice. Das sieht schon cool aus. Okay, die Blätter sehen auch mega nice aus. Lass mal gucken, wie die in der Höhle aussieht. Mal kurz eine Höhle finden. Lass mich mal bitte in Ruhe, Monster. Ah, hier. Oh Gott. Egal, ich habe die Errüstung. Gar kein Problem. No problem. Sehr schön. Das sieht sehr schön aus. Okay, es geht aber noch viel heftiger. Es wird noch viel krasser, Leute. Ich bin gespannt. So, links oben haben wir. Brot. Wir brauchen noch Brot. Ey, da brauchen wir einen Villager-Dorf, ne? Oder Knochen. Ah, wir haben Knochen hier ein bisschen. Okay, reicht das für ein Brot? Das sollte. Okay, pass auf. Äh, so. 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 Puff, 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 Puff. Jawohl. Und Puff. Verdammt. Verdammt. Oh, wir haben Knochen in der Kiste, Alter. Nice. Aber hier gerade. Uh. Okay, Brot haben wir. Äh. Gut, gut, gut. Lass nochmal. Also links oben, wir haben das. Dann kommt das. Gebratenen Fisch. Der musst du... Sag nicht, du hast den... Inni, hast du den Fisch gegessen? Nein, der ist doch in der Kiste. Achso, ich war gerade schon... Ich glaube mal. Gerade schon ausrasten. So, dann haben wir Hühnchen. Äh. Dann hier haben wir Kaninchen. Perfekt. Bären. Wir brauchen Schaf noch. Und Bären. Ich weiß, wo Schafe sind. Okay. Und Bären, wo findet man die, Alter? Die findet man in diesem Tannenbiom. Okay, ich glaube, ich habe alles. Okay, lass checken. Äh. Das, das, das. Äh. So, glaube ich, ne? Dann das. Dann das. Dann das. Elina, 3, 2, 1. Jawohl. Go. Alter. Die Werkbank sieht mega heftig aus. Das ist aus wie echtes Holz, Alter. Schau dich das mal an. Da muss ich gleich mal gucken, komm. Okay, man sieht gar nicht so ein heftiges... Doch, Alter, schau dich das mal an. Also, man muss... Also, als erstes dachte ich auch so, ja, ich sehe gar keinen Unterschied. Aber wenn man dann so vor dem Block steht, dann sieht man schon... Man muss sich die schon genau anschauen. Dann sieht man... Der hat so eine richtige Struktur jetzt, Alter. Das ist schon nice. Und Holz, wie sieht Holz aus? Alter, doch, das sieht richtig heftig aus. Ohne Witz. Ja, lass direkt durchrushen jetzt hier. Ich will das Finale sehen. Jawohl. Wir brauchen jede Menge Dias. Die haben wir. Boah. Warte, Dias ist so ein Hambär. Ich brauche nur noch Hose. Dann kann ich die gleich benutzen. Und ein Schwert. Und ein Schild. Schild. Äh, was soll das? Nee. Aber hier ist gerade ein Baum gewachsen. Ah ja, nice. Perfekt Stiming, Alter. Äh, hast du einen Apfel? Ähm, nein, habe ich nicht. Sehr bedauerlich. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Apfel. Und das war's. Hab einen Apfel, hab einen. Nice. Nice, nice. Okay, ich nicht. Aber wir brauchen noch nur einen Apfel. Haben wir genug Gold? Ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube schon. Dann sind wir durch, Alter. Jetzt gibt es gleich das beste Minecraft. Okay. Äh, Rüstunghammer, Schwerthammer, Bofeilhammer, Bogen. Da brauchte ich Holz für. Das machen wir mal kurz. Also, ich hatte, glaube ich, sogar genug. Egal. Tada, hier der Apfel. Naja. Nice. Okay, äh. Goldapfel. Goldapfel. Helm. Brustplotty. Bogen. Pfeil. Ich mach's kunterbunt. Schuhe. Hose. Schuhe. Schild, Elina. Ich brauch ein Schild. Schild. Ein Schild. Jawohl. Kommt sofort. Da ist er. Verdammt, ich habe irgendwas falsch. Also. Machen wir mal von oben nach unten. Und von links nach rechts. Apfel, Helm, Schild. Ja. Brustplatte, Schwert, Hose. Ah, okay. Ich hab meinen Fehler. Ah, boom. Also, es ist schon. Ja, doch, Alter. Guck dir mal das Gras an. Mega heftig. Guck dir mal den Holzstamm an. Alter, Ende, man sitzt in Ruhe, Kollege. Guck dir mal den Holzstamm an. Total. Guck dir den mal von innen an. Der sieht auch heftig aus. Oh, ja. Okay, lass noch mal eine Höhle gucken. Nee, ein bisschen eine größere Höhle. Ofen. Dein. Okay. Hier. Ah, ja, ja. Eisen. Ups. Boah, das sieht echt... Stein sieht richtig heftig aus, Alter. Boah. Ja, Mann. Boah, ein Kies. Kies sieht cool aus. Warte, warte, warte. Ich komm, ich komm, ich komm. Kies, sag mal. Alter, Kies sieht übel heftig aus. Boah. Nice, Mann. GG. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr mich supporten wollt. Abonneht meinen Kanal kostenlos, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benz on. Ciao. Ciao.